Leute hier, ich hab ja da mal geguckt, da merkt man da auch vom YouTube hier, da gibt es ja so eine Playplatte-Button da hier, Playbutton hier, da brauchen wir hier so Abonente da und ja, ich weiß nicht, wie kriegt man das? Weiß da einer Bescheid hier irgendwie. Ich hab ja was gesagt, mit Abonente müsste da was sein hier, vielleicht habt ihr auch mal Bock da, da mal so Abonente-Zeug da bei mir zu machen, kostet ja keine Kohle da hier und wenn wir da, wenn die hunderttausend da voll sind da und dann gucke ich immer, wie so ein Batten-Ding auch sind, sieht da, gucke mal vorne hin und so weiter und erzähle euch das da irgendwie. Ansonsten hab ich ja auch keine Ahnung, da von dem Batte-Zeug da, hier ist es wieder, da gibt es ja auch, was weiß nicht hier, Silbe, Gold, Diamante-Butte, Diamante-Butte, gibt es ja auch noch irgendein Ding hier. Sollen da so viele Amis da, vielleicht kriegst du da irgendwie, da, ja vielleicht habt ihr mal Bock hier, da macht ihr mal hier, Abo-Zeug da hier und äh, keine Ahnung, ja, bis dann hier, vielen Dank hier und macht's gut, ciao hier, bis dann, gell. , gell.